Hallo, mein Name ist Trier. Erhöhen Sie den Umsatz eines Kunden sofort, indem Sie Cross-Sell anwenden. Diese Methode ist für jedes Unternehmen wichtig, denn bei gleichen Kosten erfolgt eine Umsatzsteigerung. So ist Ihr Werbebudget effizienter eingesetzt und Sie verschenken kein Geld. Wenn Sie diese Methode noch nicht kennen, klicken Sie und holen Sie sich den kostenlosen Report für Unternehmer. Untertitelung des ZDF, 2020